Hallo Leute, heute habe ich einen kleinen Teaser für euch zu Need for Speed Most Wanted You. Als kleines Dankeschön für eure bisherige Unterstützung habe ich ein paar Gameplay-Szenen zusammengeschnitten und die Hintergrundmusik ist das Main Theme von Muse, Butterflies and Hurricanes. Natürlich werde ich das Spiel auch noch zugegebener Zeit let's playen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ciao! Musik 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Bis zum nächsten Mal.